Moin Leute, Trimax hier. Wir machen heute folgende Challenge. Es gibt ja noch den Sniper-Only-Mode, den machen wir im Team. Wir sind vier, bilden aber noch zwei Zweierteams. Ich spiel mit Marcel und Hanky mit Elshix. Wir machen drei Runden und wer als Team die meisten Kills hat, hat gewonnen. Die Schwierigkeit bei dem Mode ist, wenn man down ist, kann man ja nicht revived werden. Das ist hier ja rausgenommen. Das heißt, das kann sehr tricky werden, ohne reviven. Und es ist ja auch sozusagen ein Duo gegen Squad. Und wir landen jetzt nicht bei den anderen. Also wir landen natürlich getrennt. Jetzt bin ich ganz schön spät raus. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Heal. So viel was? So viel Heal. Eigentlich nur einmal Heal. Ja. Ich habe jetzt nicht ein Minimal-Shift-Sopter für den Sniper genommen. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Oder um den Gegner. Oh, das ist ein Vierer-Team. Fuck. Oder? Oh, wie viel du sniped? Kommst du hinter den Hügel? Kommst du weg da? Ah. Von oben snipet einer, da? Ja, von überall. Wir sind zu viert auch. Also wir müssen hier weglaufen, ehrlich. Oh. Lass mal Richtung Osten machen. Oh, oh. Ich fass es nicht. Lass mal versuchen Richtung Osten zu laufen, da. Zu dir. Osten? Ja, weil da auf diesem Werk kam auch welche runter. Ja, okay. Wir müssen natürlich Kills machen. Wir müssen den Fight suchen. Ja, ein bisschen. Aber wenn wir gegen 1000 Leute kämpfen und einfach tot sind, bringt das auch nichts. Die laufen jetzt oben zu uns. Clever spielen. Oh ja, die sind hier close. Die sind ultra close. Vorsicht, Vorsicht. Fuck, das sind alle. Ich glaube, ich bin schon down. Einer hat es. Noch mit. Die sind so mies. Die sind so mies. Nein. Alter, Mann. Ich brauch so toll den Double Bow. Scheiße. So, Justus im Nahkampf. Verdammte Kiste. Leute, natürlich kann ich dir zugucken. Im Team kann man switchen. Krass. Marcel, mach ich. Oh, Marcel, ich fass es nicht. Du liegst 3-2 vorn. Wie gut machst du das denn? Oh mein Gott. Wir holen das. Komm. Komm schon, Mann. Wir holen das. Ich kann dir doch zugucken. Ich dachte, ich wusste nicht, ob man was switchen kann. Ach, im Squad kann man switchen. Okay, jetzt gut. Das ist gut zu wissen. Das war gut schon mal. Das sind so viele. Aber ein Kill wäre nochmal geil. Du kannst eh nicht alle besiegen, aber ein Kill wäre nochmal geil. Oh, ja. Da kannst du nichts. Da machst du nichts. Scheiße, ich hätte vielleicht abhauen sollen. Das Dumpf hätte ich. Ja, okay. Wenn es 1, 2 sind, kann man die Falle switchen. Aber gegen 4 ist echt unmöglich. Du hast ja sogar einen getroffen. Der baut sich dann zu. Und dann kommen halt die anderen Mates. Das geht halt gar nicht. Komm, ich geh mal zu den anderen in den Channel. Ja. Ich geh nicht. So, wir sind down. Ihr seid down, ja. Wie viel Geld habt ihr? Wir haben zusammen 3. Wir waren ein gutes Team. Wir haben jetzt schon 2. Wir haben aber auch die größten Schwitzer der Welt bei uns gehabt. Auf geht's, Mann. Der liegt ziemlich hinten. Das könnte schwierig werden. Ziemlich. Ah, der Kill. Oh, ja, hier sind wir hier. Vorsicht. Vorsicht. Oh, oh. Vorsicht. Jetzt hier gerade Hanky zu. Oh. Was für ein Brett. Was? Oh, 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 oh. Hanky. Er springt über mich. Hanky. Oh, no. Alter. Wie kann man den denn so wegklatschen? Wenn du jetzt gerne holst, dann sind wir vorne. Ja, es ist nicht so weg. Oh. Wie war das denn, Hanky? Da liegen wir vorn. Alter, haben wir das. Was für eine Führung. 3 zu 2. Erste Runde. Wie fühlt sich das an, Hanky? Alter, ich denke so, jetzt geht der Fight los. Einmal knallt es einfach und das war's. Das war geil. Genau, also jetzt, wir machen ein Best of Five. Wir sehen pro Runde die Kills. Die erste Runde haben wir gewonnen. Wir. Nicht Marcel, nicht ich, sondern wir. Ja, ist gut. Ich frag, wer gewinnt. Alle sagen, Marcel gewinnt. Sehr gut. Oh, ich hab' ne lila, ne? Das ist geil. Wenn du fallen hast, du just wie, ne? Praktisch überall hin. Ja, ja. Gibt alle Skills nachher. Ja, ja. Lagerfeuer, fuck. Oh, 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 oh. Oh, shit. Was hast du? Nice. Im Sprung. In den Kopf. Max, beim Bekommst du irgendwas, glaube ich? Nee. Ich bin unbesiegbar, die können kommen. Er hat keine Waffe, Max. Dann lass ihn zusammenhacken. Ja, Max, schenkt der Kills. Komm, hier, Lagerfeuer. Schenkt der Kills, echt geil. Ich bring dir das dann schon bei, das Gang. Hier ist einer, Max. Wo? Bei mir. Oh, oh, oh. Hast du zwei Schüsse getroffen? Nee, ein. Headshot. Ein Headshot, auch geil. Treffer. Was? Nein, nein. Junge, wir haben den Titel uns verdient. Digga, was denkt er denn? Zack, zack. Zwei Schüsse gehen da einfach in seine Brust rein. Die chafen mich. Pass auf. Die sind hier, die sind hier, ne? Die sind überall zwischen uns. Ich hab noch einen gekillt. Die sind hier überall, Max. Ja, ja. Bei mir hier unten. Nein, ich hab ihm zwei Hits gegeben. Er hat mich mit Falle gekillt. Nein, du bist down. Ja. Ich hab aber acht Kills, sonst brenn weg. Oder so, komm. Was safe. Er hat eine Falle reingebaut. Ich hab ihn zweimal getroffen. Hier hinten sind noch irgendwie Noobs. Da läuft der. Oh mein Gott. Wenn ich den Noob kriege. Hey Leute, ist nicht unentschieden. Doch ist jetzt gleich. Nein. Ah, fuck. Oh, 150 Meter. Das kann nicht sein. Ich war die ganze Zeit mit Typen dran. Er darf keinen mehr killen. Ist unentschieden? Ja, ist unentschieden. Oh mein Gott. Was macht ihr? Was seid ihr für ein... Acht Kills und Hanky macht dann neun. Das hatten wir doch schon sicher. Ich hab schon übel gefeiert. Das war heftige zwei Kills gemacht. Nein, was? Der kriegt mich nicht schnell. Der kriegt einen Freekill. Digga, und dann hab ich ihn noch zwang getroffen. Er ist nicht gestorben. Der Akkert dann. Digga. Er trifft ihn auch zwang mal. Ist klar, Hanky, Alter. Da oben. Links, 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 links. Da, da. Man sieht ihn. Hanky. Nein, schau doch. Wieso sag ich dir das überhaupt? Warum hab ich dir das gesagt? Don't know, bro. Wie hat eine Runde? Hast du nicht auch... Eine Runde lief gut, ja. Ja. Zehn Kills oder so. Ja, ja. Irgendwie sowas. Aber Hanky macht es halt, wenn es drauf ankommt. Ne, ne? Du Legende, holy shit. Digga, Hanky ist gut jetzt. Hanky, du hast ihn uns gezeigt. Ist okay. Ja, das ist halt auch, ne? So spiel ich eigentlich im Late Game. Kriegst du hier einen Trimax als Gegner. Eins gegen eins. Hanky, 14 Kills. Ihr Zuschauer schreibt, Hanky denkt auch, er ist was Besseres, nur weil er snipen kann. Was für ein Duell. Einer schlechter als der andere. Der hängt, der kommt nicht durch. Zehner Ticks, Zehner Ticks, Zehner Ticks. Digger. Der hat Impulsgranaten. Hanky. Oh, alter. Wo waren seine Impulsgranaten jetzt? Ja, Hanky, digga. Versaust doch einfach das gesamte YouTube-Video einfach, weißt du? Marcel ist der Held des Todes mit seinen 8 Kills. Und dann verdoppelst du das nochmal im Solo. Alleingang. Ja, Respekt. Sehr nice. Damit, ähm, damit 1-1. Aus, go. Treffer, einen hab ich down. Nice, einer ist hier unter der Treppe noch. Braut Falle. Hat einen Hit, hat einen Hit, Max. Bei mir ist einer close, bei mir ist einer fucking close. Oh mein Gott. Marcel. Ich hab einen gekeilt, Max. Sehr gut. Ich bin gleich zu dir, halt durch. Ja, Treffer. Nimm das. Uh, 2 Treffer aneinander. Sauber, nicht sterben, Max. Auf gar keinen Fall. Ich sterbe heute nicht. Hier bei mir. Wir sind zu zweit da drin. Da war irgendwie seine Freundin noch. Verkackte Scheiße. Einer hat lower P von dem. Nice. Der andere müsste eigentlich lower P haben. Ah, okay. Oh, nice. Ja, Junge, ich bin richtig OP mit Double Bow. Du holst das. Oh, nee. Oh, oh, oh. Einer immer mit... Nee, ne? Oh, Leute, das hat funktioniert. Alter, was machen die da? Hinter dir? Einer? Ganz das Team. Den will ich noch. Robot. Gib mir noch den Kill. Jumphead. Mach Jumphead aufgrund. Den brauche ich. Den brauche ich noch. Mach Jumphead und weg. Come on. Jump, Jumphead. Nein. Ich kann ihn nicht, Jumphead. Ich kann das nicht. Ich habe ihn gehitten. Ich wollte ihn noch... Das war ein... Ich laufe einfach in vier Leute rein. Oh. Wir haben eh schon 10 Kills wieder. Guck mal. Dark. 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 Ich habe meinen Stream angemacht. Zwei Minuten später crashen wir jetzt. Oh. 30 Minuten später crashen wir erst nochmal. Und jetzt crashen wir jetzt. Nice. Von was und wie denn nun wohnen? Ich wollte schon gerade bauen. Oh, der Gott, Marcel. Hey, wie ärgerlich. Die sind ja jetzt echt weggestorben. Hättet ihr nicht nächste Runde einfach rausfliegen können? Ja, ne? So ganz am Anfang. Wir sind ja jetzt nicht unter Druck oder so, ne? Schon eigentlich. So, Leute. Es könnte die letzte Runde sein. Hanky und Elshix liegen 2 zu 1 vorn. Ähm. Aber wir machen das. Wir machen jetzt beide Runden hintereinander mehr Kills als die. Wir landen Paletten. Gott. Oh, oh, hier sind zwei bei mir. Die greifen jetzt. Treffer. Nice, Junge. Das ist ein Kills. Großer. Da war doch noch mehr, oder? Ja, hier oben. Du musst doch irgendwo Gegner sein. Ja, auf die, hier vor uns. Hab ihn, hier. Wo, wo, wo? Hab ihn, nice. Pass auf, ich glaub, Sniper war an dem uns. Max, pass mal auf. Glaub auch. Ich glaub, auch sehr schräge von uns. Ja. Oh, oh. Bist du das? Ja, meine Falle. Erdfalle, Erdfalle platziert. Vorsicht. Oben ist ne Falle drin. Hier ist ne Falle von ihm, Vorsicht. Falle von ihm. Hab ihn nicht. Erd hin. Hab ihn, nice. Hat auch Fallen von ihm. Ja, ja, alles easy. Alles easy. Schön gemacht, Max. Wie steht's, wie steht's? Ich hol mir das. Mach das. Hier wird hochgebaut. Oh mein Gott, ich hab ihn. Nice, Mann. Alter, kommt da so ein Hasenkopf und ist komplett weg. Gegenüber sind auch Sniper. Er baut sich hoch, bei mir. Was? Ach, der war hinter mir. Ja, ich bin down, ne? Fuck. Ich hab zwei Pfeilen geboren, an ne Band, ja. Oh mein Gott. Den hupst du dir, den hupst du dir. Sieben zu neun, liegen sie vorn. Zehn, sieben. Du musst jetzt jeden Kill kriegen. Dann ist unentschieden. Du musst jeden einzelnen Kill kriegen. Jetzt geht. Ich glaub auf jetzt. Pack. Drei Kills brauchst du fürs unentschieden. Was ist das für ein Druck? Du musst jeden Kill kriegen. Die haben alle 100 Kill. Wieso haben die so viel? Ja. Das war's. Das war's. Ich kann's nicht fassen. Siehst du, ich kann sie nicht treffen. Ja, ja. Du hast, du hast das Kino-Programm. Alle voll Schild. Ach, das war's. Scheiße. Ich sehe schon wieder elf Kills. Ich fasse es nicht. Wir liegen 1-0 vorn und dann gewinnt ihr 3-1. Wir haben keinen Gegner gefunden, ne? Hab's angesetzt. Ei, ei, ei. Ich fasse es nicht. Ihr seid ja jede Runde gefühlt erster geworden. Ja. Hat er sich die Kills gemacht dann. Ganz krank. Ganz krank. Aber geil.